Herzlich Willkommen. Oha. Aber. Vorsicht der ist heavy. Achso, da muss man das in eines verlassen. Oha. Egal wo wir marsch. Ist ja egal. Ja. Gut. Wir probieren jetzt hier Arcade Game aus von Far Cry 5. Ich will jetzt zählen? Bei mir ladet er. Ah, schlechtes Spiel. Ah, das ist ein komplett zuletzt Online-Spiel jetzt. Okay. Nein, ich hab davon abkacken. Aber es gibt andere Arcade Games auch noch. Warum zußelst du jetzt so eigentlich? Alles ist normal jetzt. Achso. Ich muss die Frage, was man da machen muss. Das ist welches Arcade. Achso, Arcade. Arcade ist scheinlich. Da ist mein Mund so verpickig. Gameplay Modifaktoren verengert ist sehr klar. Klingt gleich heiß. Ich bin gespannt, ob die Klappe gibt es wohl. Kannst du was sagen, Gang? Ok? Was? Schuss! Ich bin T gegen die Blutie! Ich bin T. Ich bin T gegen Blutie! Blutie! Aim and Remove! Scheiße, du Sniper. Ah, Team-Death-Match, okay. Also, okay, äh, Team-Death-Match nicht. Ohne Karte ist das bisher? Ich habe. Ich will kinken. Nein, ich lieg gar nicht, ich denke. Oh, ich hab noch gar gesehen, ich... ich mein... Schein. Oh, ich bin hier hängenbliegen. Ah, aber... Ich würde sagen, oh, ich schein. Oh, also, ich hab noch ein kunker. Ich bin noch nicht... Oh! Ich bin, ich ist mir kunker, ich würden. Es ist los! Ich bin los! Ich bin... Abuuu! Was hast du klaupte? Abuuu! Leute, das schießt mir auf mich, klaupte das! Meine Mama hat immer gesagt, wenn Leute auf mich schießen... Dann, dann muss man das mit Regen lösen! Ab heute wird zurückgeschicken! Das ist alles noch! Aber ich hab schon ziemlich lange überlebt! Uhuhuhuu! Uhuhu! Er ist der Kill! Uhuhu! Er ist der Kill! Musst denn hierher kommen Leute? ich wusste nicht so nehmen kann oder hinter uns sind uns irgendwo auch von der mauer ich bin schon wieder tot gewesen ich ja auch aber ist cool finde ich cool dass man das während dem spiel starten kann aber da musst du einen automaten finden zuerst oder ja aber eben das ist cool finde ich dass nicht so im spiel agiert ist dass du nicht externe multiplayer lobbies hast aber das können wir immer zwischendurch mal machen so eine karte weil es gibt verschiedene ok und hat mich schon wieder getötet und ich wurde getötet du hast mehr teams als ich echt sensationell eigentlich aber wahrscheinlich mehr tode das ist ein baumhaus oder der schritt am dach oben so eine musik ist eine musik voll ein musik ein bamsasser er ist ein bamsasser ich binizei please ich bin es ich bin für es ayuda Der Sieg steht bevor. Oh. Du bist ein Noob. Du bist so ein Noob, Alter. So ein Noob. Ich weiß aber, aber ich kann das Spiel nicht besser. Entschuldigung. Das ist richtig, weil ich auf Tod gehe. Nein wirklich, das schießt mit dem Raketenwerfer aus nächster Nähe auf mich, Alter. Aber ich bin nicht tot. Sieg! Sieg! Ja, gleich viel Kills, aber weniger gestorben. Sensation! Bei mir nicht? Ich habe weniger Kills. Hast du? Ne, drei und drei. Ist, glaube ich, gestanden, oder? Ich habe zwei noch. Ach so. Da werde ich noch was springen. Interessiert mich. Na gut, schauen wir. Was gibt es jetzt noch? Schauen wir, was gibt es jetzt noch? Oh, geiler. Andere Maps? Ja, das gibt es schon. Ich habe jetzt die Lobby verlassen. Ach so, das ist das. Ah, dumm. Hm? Nicht wieder zu drängen. Okay, dann gibt es Solo & Coop, dann gehen wir auf Solo & Coop Karte. Ach so, da kannst du das alles einstellen. Ja, da habe ich dann Home-Bildschirm, so wie im Menü. Weil das sehe ich nämlich alles gar nicht. Nämlich das ist cool. Letztoi ein, die wo side comfortable Arcade hält. Das schaut zumindest cool aus, man muss kurz. Was siehst du jetzt? Bääähh. Destroy and then joy. Töte alle Gegner. Also ich glaube das Restласen... Wo wir meinen Spiel und dengeweh zu... Dann haben wir auch probiert einmal das Arcade. Das ist glaube ich eine erstellte Map von einem anderen User. Okay ich kann gar nichts machen jetzt. Echt? Nope. Ich seh dich. Ich kann aber keine Bewaffnung auswählen. Was muss ich machen? Oh! Jetzt bin ich da auf einmal. Sprich einmal. Oh! Okay. Wir müssen 132 Gegner töten. Ich seh da überhaupt keine. Oh wo bist du? Oh da kommt Gegner. Wo? Geradeaus oder? Da vorne ist ein Yeti oder so. Ja. Was ist das? Dylan. Das ist Dylan. Ich steh Dylan. Ich steh Dylan. Ich komm zu dir in den Käfig. Willst du meinen Freund sein? Ich spring nochmal hoch. Oh. Wie kann man da steigen? Nochmal. Wie kann ich den Flieger steigen lassen? Ups. Boah. Wie kommt man da als Gegner? Das verstehe ich nicht. Das ist zum Beispiel eine komische. Aber getötet. Aber getötet. Eins von 132 Gegner entsteht. Wie ist man da aufgestiegen? Mit dem Flieger. Oh. Wie ist man da aufgestiegen? Da unten glaub ich ist die Gegner. Jaaaa. Da unten. Na dann. Lassen wir auch noch ein paar rüber. Da unten rein. Oder was? Aber das ist immer kein Spaß. Wir spawnen. Schau das an. Schau mir nur zu mal. Die rauchen. Schau mir zu. Gib dir das. Man kriegt keinen Schaden. Schau. Jetzt mach ich was. Schau. Was? Alla Magda! Alla Magda! Alla Magda! Alla Magda! Alla Magda! Boah. Was schießt du da? Cooles. Ich seh die war. Einziglafen dich mit. Du. Alter. Du. 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 Das Team-Map macht nicht Spaß. Was? Komisch? Das Ding. Aber vielleicht kann man sich da wirklich auf der England selber mal maps bauen? Das find ich ganz cool. So Außenposten? Was hast du? Ja. Gibt's die Stelte? Hahahaha. Vor allem einschlagen und das sind weg. Oh. Uhhhh. Scheiße. Alter, pass auf, jetzt schau mal. Oh. Ich schau jetzt mal zu. das schaut keller aus Ich mein es wäre lustig wenn alle auf einmal da wären aber es spawnen ja einer nach den anderen. Ja. Oh. Hat man da unendliche Munition? Ja. Wohohoh. Wohoh. Oh der hat sich jetzt selber am Schild gehabt mit den neuen Baseballschlägen. Warte mal. Schau mal zu. Schau. Schwarz. Schwarzgerät? Warte was ist das Kugel? Was hat man mit? Schau mal mit. was ist das seitenwaffe das war das eh die ich nie mehr gehabt hab ne ist der den domitkopf entscheidend ich hab den nicht sprich mal auf einen gegner das ist stehen Ah, Sniper hat man auf. Wo ist der denn den Schweißbrenner? War Werkzeug. Von einem Nahkampfwaffe. Ich hab kein Werkzeug. Nahkampfwaffen hab ich. Schau mal das... Schau mal das, wo bist du? Komm. Ich hab Feuerwerk. So ans Fenst. Da war anscheinend wirklich unbegrenzte Munition. Oh. 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 Fang! Fang! Fang mal! Fangen mal! Puh! 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 Vielleicht mal eh nehm was für die Gegner. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR gleich haben wir es gleich haben wir es gleich haben wir es und spektakulär aber doch ja gut jetzt nicht einfach warte hier ein noch okay ... ... ... ... ... ... ... ... Die haben wir alle weg genug. Also ich dachte du hast es schon. Nein. Entschuldigung. Aber schau da kriegt man Belohnungen. Wie sehen wir haben jetzt 400, 700 Geld? Für nichts machen eigentlich. Ja. Okay, ich gehe zurück zu Kamerania jetzt. Können wir immer zwischendurch machen. Diese Map hat absolut keinen Spaß gemacht. Müssen wir jetzt äußern. Aber wir werden weiter austesten und wir werden aber hier jetzt auch dann die Folge beenden, um wieder in der richtigen Welt anzufangen. Und sehen uns. Und beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Tau.